Musik Guten Morgen, liebe Goddesteins-Besucher. Ich heute in Ola ganz herzlich willkommen zu diesem von euch Gottesdienst und besonders unseren Redner, Predja Hilder Funk, mit seiner Frau in der Saal und in der Gemeinde. Herzlich willkommen hier. Predja Funk wird uns von euch mit der Botschaft geordnet im Thema der Mensch aus Gottes Perspektive. Die Begräußerung, weil ihr uns die Verschleise Jeremia nehnend finde ich, Verschalf und Pfalf. Du sagst dazu, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Lut uns zum Anfang noch die Bede. Futter im Himmel, wir kommen durch den Sehen, Jesus Christus in der Diebe von dir und sei dir Dank für diesen nieen Tag. Dankeschön für ihn genutig von dir war er nie. Dankeschön, dass wir trotz unserer Fehler und Schwachheiten in der Diebe mit der Erwe und bei den Bedingungslosen Läu erfordern können. Herr, bitte helpt uns doch, dass die Welt und ganz besonders schick, unsere Mitmenschen, unsere Nächsten, immer war er mit dir gut zu sein. Da wird uns ein Mannchen mal andersherum luten. Herr, bitte füllen wir uns doch diesen Gottes zu uns, sehen die Gemeinschaft und luten dort alles doch dir die Verherrlichung zu sein. In Jesus' Nume. Amen. Handführend zu der Predigt lese ich uns der Anleitung und Psalm 103 der Versch von Oint Bad Rätien. Du sagst dazu, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Werden sie wirklich zahlen. Wie hier ein Leut von der Gruppe, der Donau bringt uns die Predigt. Tiefen Frieden, so reich, gab mir Jesus ins Herz, den Frieden, den nie ich gekannt. Einen Frieden, der bleibt, auch bei Tränen und Schmerz, bis in Jesus' Geborgenheit fand. Er ist immer bei mir, er ist immer bei mir, all Tag und Tag und Nacht. Er ist immer bei mir, er ist immer bei mir, hat er gesagt, gesagt. Geht, du brauchst nicht Sorgen, ich bin bei dir. Eine Freude hab' ich, weil Gott selbst zu mir spricht, er sagt mir mein ströstendes Wort. Ist die Zukunft auch grau, keine Hilfe in sich, treibt er selber die Finsternis fort. Er ist immer bei mir, er ist immer bei mir, all Tag und Tag und Nacht. Er ist immer bei mir, er ist immer bei mir, hat er gesagt, gesagt. Geht's in schwere Zeiten, geht's in schwere Zeiten, freundlich, sagt er, sagt er mir. Geht's, du brauchst nicht Sorgen, ich bin bei dir, bei dir. Die Gewissheit macht froh, dass ich weiß, er ist mein, was auch immer auf Erden geschieht. Sollte Gott, der mich liebt, nicht mehr sorgt um mich sein, wenn wir fahren, er rings um mich sieht. Er ist immer bei mir, er ist immer bei mir, bei Tag und Tag und Nacht. Er ist immer bei mir, hat er gesagt, gesagt. Geht's in schwere Zeiten, geht's in schwere Zeiten, freundlich, sagt er, sagt er mir. Geht's, du brauchst nicht Sorgen, ich bin bei dir, bei dir. Sehr allgemein, der Mensch, das kann irgendeiner sein, aus Gottes Perspektive. Wenn ich aber meinen Namen da einsetze, und du deinen, dann wird es etwas persönlicher. Dann wird es ganz persönlich. Dann werden auch die Bibeltexte sehr zu Herzen gehen, wenn wir sie einmal so sehen oder verstehen. Gott schuft den Menschen, und dann denken wir wieder, sehr allgemein, nach seinem Ebenbild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Aber wenn ich meinen eigenen Namen da einsetze, Gott schuf mich nach seinem Bilde. Dann sieht das etwas anders aus. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und seine Feststellung damals im Garten Eden, nach der Schaffung des Menschen war, dass er sagt, siehe, es war sehr gut, oder es ist sehr gut. Bei der Erschöpfung oder Schaffung des Universums und all dem, was dazugehört, ohne den Menschen war es immer gut. Aber jetzt, wo der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wird, ist es sehr gut. Wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass es nicht immer so bleibt. Wir brauchen nur bis 1. Mose Kapitel 3 sein, und dann wissen wir, dass der Mensch seinen eigenen Weg gewählt hat. Weg von Gott. Hat er an Wert verloren? Ist er dann nicht mehr sehr wertvoll? Er bleibt genauso wertvoll, wie er von Anfang an war. Und deshalb sagt Gott auch gleich nach dem Sündenfall, dass er eine Lösung dafür schaffen wird, dass er einen Retter schicken wird. Aber der Mensch, du und ich, müssen uns entscheiden. Wenn ich sage, dass wir heute einmal darüber nachdenken wollen, was ist der Mensch aus Gottes Perspektive, dann kann ich nur vorausschicken, dass es nur stückweise wir uns da hineinversetzen können, anhand des Wortes Gottes. dass wir es nur stückweise verstehen oder kapieren. Aber ich hoffe, dass dieses stückweise genug ist, damit es die Konsequenzen in unserem Leben nimmt, die es bewirken sollte. Ich habe längere Zeit aber nachgedacht, wie kann ich das hier einmal etwas anhand von Beispielen versuchen, uns vor Augen zu führen. Wir sind jetzt hier im Gottesdienst, in dieser Kirche. Der breite Ausgang ist da hinten. Und die meisten werden nachher wahrscheinlich auch da rausgehen, weil sie es so gewöhnt sind. Und das auch am einfachsten ist. Der andere Teil vielleicht hier. Aber hätten wir hier ein kleines Loch da am Fenster, dann würden wir wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, da rauszugehen. Aber sollte es da hinten ein großes Feuer geben und alles in Flammen stehen, dann würden wir uns umschauen und wahrscheinlich nicht dorthin laufen, sondern wir einen anderen Ausgang suchen. Und wir würden dann auch nicht uns darüber beklagen, dass noch Bänke da sind, wenn da der einzige Ausgang wäre, der uns das Leben rette. Ich denke mal nicht. Dann wäre es nur vernünftig, wenn wir es uns etwas kosten lassen und sagen, ich setze alles dran, um da rauszukommen. Und doch sind wir Menschen oftmals so unvernünftig und laufen direkt in eine andere Richtung. Wenn wir diesen Zahlen, den wir zur Einleitung gehört haben, weiterlesen, dann beschreibt der, der Psalmist, was der Mensch von Gottes Perspektive her eigentlich in seinem Leben ist. Auf der anderen Stelle lesen wir das, wenn es hochkommt, das Alter, dann sind siebzig oder achtzig. Und wir wissen, dass es nicht für alle bis da reicht. Ich weiß es aus meiner eigenen Familie. Meine Eltern hatten das Vorrecht, beide achtzig und ein bisschen über zu werden. Mein Bruder nicht. Er war schon im jüngeren Alter davon, wie ich heute bin. Mein Neffe war ein bisschen über zwanzig. Da war die Zeit abgelaufen. Wir haben alle eine gewisse Zeit. Und hier der Psalmist sagt zum Schluss, den der Zitat gelesen wurde, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Das ist Gott nicht unbekannt. Er weiß es. Er denkt daran, dass wir staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Es blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr. Und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder, bei denen, die seinen Bund halten. Und Gedenken an seine Gebote, das sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehlen ausrichtet, dass man hört auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinem Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Und wenn wir in Psalm 39, 6 und 5 und 6 lesen, da geht er nochmals darauf ein und sagt, was ist der Mensch vor Gott? Er ist eine Handbreite. Er ist wie nichts, wenn wir von der Zeit her sprechen. Und wenn wir gelesen haben, dass Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, dann bedeutet das so viel Zeit hat einen Anfang. Und Zeit hat ein Ende. Eine Offenbarung lesen wir davon. Und die Zeit wartet nicht mehr. Wir können es uns gar nicht denken. Wir können uns gar nicht orientieren ohne Zeit, ohne Raum. Aber es ist so. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Und ich habe am Mittwoch, als ich hier saß, mir so einmal die Wand angeschaut. Und da oben ist irgendwo so ein kleiner Schweizer Streifen über dieses. Ich weiß nicht, ob der da zu sehen ist. So ein kleiner Fleck, ja. Stimmt's? Gleich hier an dieser Seite. Vielleicht ist er noch da. Und wenn dieser Fleck jetzt die Zeit deines Lebens repräsentiert, dann ist das nur noch ein kleiner Vergleich. Ich habe es bei einer anderen Gelegenheit anders gemacht und gesagt, okay, wenn du jetzt von Ascension zum Chaco fährst und einen Kilometer Pfosten, der da ist, der ist vielleicht so dick, das ist dein Leben. Das ist dein Zeitabschnitt. In der Zeit. Vom Anfang bis zum Ende. Wir können uns das gar nicht denken. Und wenn ich dann hier vielleicht sage, dieses wäre hier so unser Leben. Und wir machen einmal einen Strich drauf und sagen, irgendwas ist Anfang. Und dieser Strich ist dein Leben. Und hier ist das Ende. Das ist nur sehr kurz. Und in diesem Strich, wenn wir dieses unser Leben dann nochmal vergleichen, sagen, du hast eine Entscheidung zu treffen, das ist der Punkt da drauf, der über deine Ewigkeit entscheidet, dann wäre es doch unvernünftig, wenn wir uns entscheiden, zur großen Tür zu laufen und nicht zum kleinen Fenster. Aber leider gibt es viele Menschen, die Gottes Barmherzigkeit, Güte und Liebe mit Füßen treten und abweisen. Der Psalmist kannte viele solche Leute. Er hatte sie gesehen, er hatte sie miterlebt. Wahrscheinlich hat er sogar auch einige aus seiner eigenen Familie da drin. Die Gottes Wort und seine Anordnungen einfach nicht befolgten. Deshalb, glaube ich, fügt er auch immer wieder hinzu. Und wir finden das immer wieder, dass denen, die Gott fürchten, treffen diese Verheißungen. Nicht denen, die ihn ignorieren oder ihre eigenen Wege gehen. Es ist nämlich von Natur aus so, dass alles irgendwie etwas nach unten zieht. Wenn ich dies hier loslasse, das fällt runter. Brauche ich nichts zu tun, nur loszulassen. Wenn du eine gute Fenster hast, die in Ordnung ist und der Weide ist, fahr mal zehn Jahre nicht schauen. Es braucht nicht einmal zehn Jahre sein. Was wird daraus werden? Dieses nennt man in Physik was? Wie bitte? Schwerkraft. La ley de la gravedad. Ja, in Spanisch. Also das Gesetz, das alles nach unten zieht. Es fällt einfach. Du kannst auch noch zu sehr ausholen und etwas wegwerfen. Es wird immer wieder nach unten fallen. Es wird niemals nach oben fallen von selbst. Sogar ein Flugzeug muss irgendetwas haben, das es oben hält. Und es braucht Kraft. Ist das nur in Physik so? Oder ist das in der Natur des Menschen auch so? Wenn wir den Menschen sich selbst überlassen? Wie lange musst du ein Kind unterrichten, dass es unartig wird? Und ungehorsam? Ich glaube, keiner gibt Lektionen. Es braucht nicht. Es ist einfach drin. Seit Kapitel 3 in 1. Mose. Ist das in den Menschen drin? Ich glaube auch, dass die Schwerkraft vor dem Sündenfall schon da war. Sagt es uns nicht. Aber dass alles nach unten zieht. Was musst du dazu beitragen, dass du krank wirst? Ich glaube, niemand muss sich anstrengen. Es kommt von selbst. Manchmal sind wir gleichgültig, dass wir vielleicht ohne Jacke gehen, wenn wir schon Jacke anziehen sollten oder weiß ich was alles. Aber das kommt von selbst. Was müssen wir dazu beitragen, dass wir älter werden? Und schwächer werden? Bei mir kommt es von selbst und manchmal eher als erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist so. Was musst du auch schon tun, wenn du vielleicht morgens im Bett bist, hast du deinen Wecker gestellt und du hast dich vorgenommen, du willst um 4 Uhr aufstehen. Du hast was ganz Dringendes und der Wecker klingelt. Was machst du dann? Reicht das aus? Wirst du schon stehen? Du musst etwas tun, um dich aus diesem Schlaf herauszureißen, um aufzustehen, um fertig zu werden. Ich glaube, das ist der erste Teil hier vom Zahlen. Der sagt, der Mensch von sich aus, in seiner Natur, der geht immer nach unten, von Gott weg. Der hat in seinem Leben, wenn er nicht mit Gott ist, hat er diese Haltung. Mathematisch ist das ein Zeichen. Was für eins. Bei der Rechnung wollen wir das nicht sehen, vor der Zahl. Das heißt Minus. Und wenn wir das drehen, dann gibt es, wenn wir es so halten, gleich ein bisschen schief, ein Plus. Und wenn wir es so halten, dann wird es mehr. Aber wenn wir das in Gottes Perspektive sehen, ich glaube, dann muss das so sein, damit es nach oben geht. Sonst von Mensch, Natur aus, wird es immer so sein. Und der Psalmist sagt uns hier, wie wir das zu einem Plus in unserem Leben werden lassen können. Aus Gottes Perspektive her ist das klar, er möchte, dass niemand verloren geht. Warum nicht? Warum nicht? Weil ihm jeder Mensch wertvoll ist. So wertvoll, lesen wir Johannes Kapitel 3, 16, dass er es sich seinen einzigen Sohn kosten lassen hat. Für dich. Nicht für irgendjemand, sondern für dich, der am Kreuz ging. Für mich. Damit wir durch ihn ewiges Leben haben können. Wenn wir nur dieses haben, dann wird es immer bergab gehen. Und wenn der Balken nach oben da ist, die Beziehung zu Gott durch oder über Jesus Christus, dann wird sich unser Leben verändern. Ist das dann nicht unvernünftig, wenn ich Zeit, wir versuchen, die Zeit einmal als Ganzes im Kopf reinkommen zu lassen und zu sagen, mein Leben ist nur ein Punkt auf dieser Zeitlinie und in diesem Punkt möchte Gott und gibt er mir die Gelegenheit, dass ich über die Ewigkeit entscheiden darf. Und ich tue es nicht zum Guten. Ist das nicht unvernünftig? Verdient haben wir es überhaupt nicht, dass wir diese Gelegenheit haben. Niemand hat es sich verdient. Es ist Gottes Gnade und Geschenk. Und wenn ich hier im Psalm 103 schaue, dann sehe ich, dass er sich selbst einen Ruck gibt und sagt, meine Seele, lobe dem Herrn. Stimmt mein Gemüt? Nicht immer. Ist ihm danach wahrscheinlich nicht, wenn wir in vielen anderen Psalmen schauen, dann hat er schwere Zeiten zu erleben. Man kann es sich noch zu sehr vornehmen. Man kann noch zu viel auch im Sinn haben, aber es muss getan werden, sonst ändert es nichts. Hier der Psalmist schaut einmal zurück in seinem Leben. Was hat Gott für mich getan? Und er kommt als erstes auf das Kreuz. Er nennt das nicht Kreuz, aber der mir alle meine Sünden vergibt. Und das gibt es nur da. Wenn du einmal in dein Leben zurückschaust, wo bist du geboren? Hier in Paraguay, ja? Oder vielleicht in einem anderen Land, aber da, wo das Wort Gottes frei verkündet werden konnte. Habe ich das verdient, dass ich in einer Gesellschaft, in einer Familie hineingeboren werde, in einer Gemeinschaft, wo Gottes Wort, wo das Evangelium frei verkündet wird und nicht in China oder in Nordkorea, wo man die Leute, die noch nur von Glauben sprechen, ermordet? Und die nie die Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu hören? Ist das nicht Gottes Güte? Ist das nicht ein Grund, ihm dankbar dafür zu sein, dass er mich diese Gelegenheit überhaupt geboten hat? Der Psalmist sieht das so. Und er erwähnt das und sagt, Gott, du bist derjenige, der alle Sünden vergibt und heilt alle Gebrechen. Er geht in seinen Gedanken einmal zurück. Und deshalb denke ich, dass Danken und Denken zusammengehören. Wer nicht nachdenkt, der wird keinen Grund finden, zu danken. Du musst nachdenken. Und wenn du nachdenkst mit dem Ziel, dass du danken willst, dann wirst du immer Gründe finden. Genügend. Du wirst auch immer Gründe finden, zu grünzen und undankbar zu sein, wenn du es willst. Über das Wetter, über die Nachbarn, über die Kolonie, über das Land in Paraguay. Und wie oft habe ich mich selbst vielleicht schon, denke ich so, versündigt, dass ich nicht dankbar war für die Regierung, die wir haben. Weil sie dies oder jenes klein wenig anders gemacht hat. Und vergessen, dass das auch anders sein könnte. Dann stören wir uns über diesen neuen Steuersatz und jenen und versuchen vielleicht sogar noch dem zu umgehen. Und wenn wir die Situation unserer Vorfahren in Russland bedenken oder mancher Leute, die in der Welt heute leben, die kein Recht haben, kein Eigentumsrecht, die keine Freiheit erleben, haben wir dann Grund undankbar zu sein? Nein, ich denke nicht. Werden alle Situationen in unserem Leben immer nur Rosen und gut sein? Nein. Der Psalmist sagt das auch nicht. Aber er gibt die Gründe, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Und er sagt, dafür will ich ihn danken. Und seine Barmherzigkeit, die von Ewigkeit her gültig ist für denen, die ihn fürchten, also das heißt, die an ihnen festhalten. Gott handelt nicht mit uns, so wie wir oftmals mit unserem Nächsten umgehen. Und wenn er das tun würde, dann wären wir alle gemstlich verloren. Da hätte er seinen Sohn Jesus Christus nie auf diese Welt gesandt. Weil verdient haben wir es nicht. Wenn wir aber zu dieser Erkenntnis gekommen sind und wir haben Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Heiland im Leben aufgenommen, wir haben uns für den kleinen Notausgang in der Notsituation entschieden und sind nicht zur großen Tür gerannt, um zu verbrennen, sondern wir sind da. Dann sollten wir auch in dieser ganz kurzen Zeit nicht Schwierigkeiten haben, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und ihm mit den Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, zu dienen. Denn in Offenbarung Kapitel 21 heißt es, wir werden mit Christus, sprich da von dem Endgericht und von der ersten Auferstehung und von der Belohnung, wir werden mit Christus eingesetzt als Gottes Priester, um mit ihm zu regieren, tausend Jahre. Und danach kommt das Endgericht für die, die nicht zu ihm gehören. Gottes Priester, Gottes Botschafter, an Christi Stelle hier auf Erden am Wirken zu sein. Und wenn ich mein Leben betrachte und du deines, dann glaube ich, merken wir, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Dass wir noch manches zu tun haben. Dass wir manchmal zu leicht diese Zeitlinie nur einfach entlanglaufen und nicht uns bewusst wird, wie kurz die sein kann. Und dass die Entscheidungen, die wir treffen, Ewigkeitsrichtung angeben. Gott möchte, dass du und ich unser Leben aus seiner Perspektive sehen. Wir sind nicht nur wertvoll, sondern sehr wertvoll für ihn. Sehr gut geschaffen. Nach seinem Ebenbild. Und er hat sich das Allerbeste, seinen einzigen Sohn, am Kreuz kosten lassen, damit du und ich errettet werden können. Einen höheren Preis kann niemand zahlen. Und wird niemand zahlen. Das ist der Einzige. Und nur der Einzige, der gezahlt werden konnte. Und wer diesen annimmt, den Lösungspreis Gottes, der Jesus Christus heißt, der gehört zu ihm. Und der ist beauftragt, an Christi statt, hier auf dieser Welt sein Reich auszuleben. Unser Leben leben wir nicht für uns selbst. Das ist nicht Gottes Ziel. Wir haben gehört bei der Begrüßungsworte, Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Es wird aber Leid da sein. Aber sein Gedanken und sein Ziel ist es, dass er immer nur das uns zukommen lässt, was für uns am besten ist. Werden wir es verstehen? Lange nicht immer. Wenn ein plötzlicher Tod in der Familie eintrifft, dann bleiben mehr Fragen als Antworten. Und oft werden diese Fragen auch bis zum Lebensende nicht beantwortet werden. Wenn man das auch versucht, und ich muss mich selbst immer wieder sagen, versucht nicht, Leute, die tief von Leid und Tod oder Trauer betroffen sind, mit bildigen Worten abzutrösten. Was sie brauchen, dass wir da sind. Dass wir sie begleiten. Weil wir haben oftmals nicht die Antworten. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, dass Gott sagt, denen, die ihn lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir es glauben und darauf vertrauen. Und an jenem Tag, wie wir in Offenbarung lesen, werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Da werden uns alle Fragen beantwortet sein. Ich darf meinem Gott, der über alles steht, das zutrauen, das Vertrauen in ihm halten. Auch wenn ich es nicht verstehe, was mich heute oder in der Zukunft begegnet, dass das für mein Bestes dient, wenn ich ihn liebe. Das ist leichter gesagt als gelebt. Der Psalmist, denke ich, hat hier eine Art und Weise, sein Leben zu führen, weil er weiß, wie kurz das ist. Weil er es vergleicht mit einer Handbreite. Und ich habe nachgeschaut, im Hebräischen war das das allerkürzeste Maß, das man damals kannte. Handbreite. Es kann da auch theologische andere Übersätze oder Auslegungen geben. Dabei habe ich nicht drauf gelassen. Aber ich denke, diejenigen, die in einer Drehbank arbeiten und genaue Arbeit machen, die haben ein anderes Maß als dies. Von tausendstel Millimeter und was alles, die da sprechen. Also das ist sehr klein. Warum es geht, dass der Schreiber einfach versucht zu sagen, unser Leben in Gottes Augen mit seiner Zeitrechnung ist nichts anmessbar. Es ist so kurz. Es ist so kurz. Und er sagt, genau auch der, im Psalm 39, 5 und 6, genau der, der meint, er lebt, ohne dass er hinfallen kann, er wird immer da bleiben, der ist genauso vergänglich. Und das sehen wir bei vielen Weltherrschern, die meinen, sie werden nicht sterben und sie leben so als ob. Und bei manchen merken wir das erst lange nachher, als sie gestorben waren, weil man wollte es einfach nicht so haben. Es hilft nichts. Der Mensch wird dem Tod begegnen. Es sei dann, Jesus kommt vorher. Dann wird er verwandelt werden. Mögen wir aufgefordert sein, über diese Perspektive Gottes nachzudenken, wie kurz unser Leben ist. Wie Staub. Wie eine Blume. Wie ein Grashalm. Weg. Und dann die Entscheidung in unserem Leben davon zu treffen. Wie will ich meine Zeit, die in Gottes Augen so kurz ist, leben. In der Gemeinde. Im Umgang mit den Mitmenschen. Im Umgang mit dem anvertrauten Gut. Und bin ich auch bereit, manches einzustecken, um Jesu Zellvertreter in seinem Handeln da zu sein. Es gibt viele Aufforderungen und Anweisungen, die uns schwerfallen. Die uns kein Recht geben, unser eigenes Recht einzufordern. Und wenn wir dann nachgedacht haben, was Gott uns alles an Gut und Segnungen erleben lässt. Auch trotz mancher Schwierigkeiten und Herausforderungen, dann glaube ich, ist es auch an der Zeit, dass wir nicht nur bei diesen guten Vorsätzen bleiben. Sondern, dass wir es auch tun. Und hier wendet sich der Zellmist an allen möglichen. An den Engeln, an der Schöpfung. Und der ganzen Kreatur fordert er auf, Gott zu loben. Weil er der ewig gute und liebende Gott ist. Und sagt dann zuletzt, meine Seele, du bist auch gemein. Wie oft nehme ich mir einfach die Zeit? Oder tue es, dass ich Dienern in der Gemeinde meinen Dank ausspreche für ihren Dienst. Sei es den Putzdienst hier. Sei es den Ordnerdienst auf dem Parkplatz. Sei es den Filmdienst. Sei es den Diakonendienst. Oder was immer es sein mag. Viele Dienste, die wir übersehen, wir oft. Oder wir meinen, wenn wir ihn dafür loben und eine Anerkennung geben, dann könnt ihr ja vielleicht sogar noch stolz werden, oder? Wir gehen viel eher und schimpfen über Kleinigkeiten, die uns nicht gefallen und nicht nach unserem Geschmack laufen. Deshalb sage ich, wenn wir nicht den Balken drehen, dann bleibt es beim Negativen. Der Stube hat mir jemand darauf hingewiesen, dass was hier eine Stelle faul ist, ja? Dieses Brett, habt ihr es schon gesehen? Habe ich auch gesehen, als ich das holte. Wir sehen immer diese kleinen Stellen da. Alles andere war gut, nur das nicht. So sind wir einfach. Ich hoffe, dass wir nicht gesehen haben, wie der Valerian da eine Handbewegung nicht richtig macht. Ich weiß gar nicht, ich kenne nichts von Musik. Sondern dass wir lieber von Herzen mitgesungen haben, trotz mancher Dinge, die nicht so waren, wie sie sein sollten. Du hast dein Leben heute noch. Morgen? Weiß ich nicht. Du weißt es auch nicht. Es kann sehr plötzlich sein. Heute kannst du dich entscheiden, wie du mit dem Zeitpunkt umgehst. Wie willst du den Rest deines Lebens für Gott ganz hingeben? Muss sich da was ändern? Du weißt es am besten. Gott wird dich dabei helfen. Er ist wie ein Vater. Und ein Vater, der sein Kind liebt, lässt es nicht immer das tun, was es will und dahin laufen, wo es will. Besonders, wenn sie klein sind, nicht. Er wird es nicht lassen, in einer gefährlichen Situation hineinlaufen. Er wird es nicht zulassen, dass es sich immer hinwerft und brillt, wenn es nicht das kriegt, was es will. Dann gibt es doch noch mal hier. Oder ein bisschen an den Oden ziehen. Liebt er das Kind nicht? Ja, er liebt es. Und deshalb lässt Gott auch manche Dinge zu, die uns begegnen, die uns wehtun, weil er nur das Beste im Sinn hat. Weil er nur das Beste für uns will. Traue ich ihm das zu? Warum tue ich mich dann so schwer, das zu tun, was er haben will? Ich glaube, manchen von euch fällt es vielleicht auch nicht ganz einfach, Gottes Wort bei Wort zu nehmen und immer wieder auszuleben. Zu sagen ist einfach. Zu tun ist nicht ganz so einfach. Und ich möchte uns auffordern, Mut machen, Gott zu loben, nachzudenken, was er uns schenkt in Jesus Christus. Was er uns schenkt in dem, dass wir die Gelegenheit haben, die Freiheit hier im Land haben, in der Gemeinde sein dürfen, mitwirken dürfen, dass wir jetzt schon Priester in seinem Reich sind und als solche unser Leben gestalten und andere zum Segen werden können. Gott, hilf uns dabei. Lasst uns beten. Treuer Gott und Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du allmächtig, allwissend, allgegenwärtig bist und ein liebender Vater bist. Dein Wort ist die Wahrheit. Niemand kommt zu dir ohne Jesus Christus. Und ich danke für einen jeden, der hier heute zugegen ist, der diese allerwichtigste Entscheidung des Lebens schon getroffen hat und dein Kind ist. Und wenn wir uns anhand von deinem Wort und deinem Geist unser Leben prüfen, dann müssen wir auch zugeben, dass wir oftmals ungehorsame Kinder sind. Dass wir viel besser wissen, was dein Wort uns lebt, als das, was wir tun. Im Umgang mit Fremden, im Umgang mit dem anvertrauten Gut, im Umgang mit Zeit und Energie und dem Einsatz der Gaben, die du uns geschenkt hast in deinem Reich. Zum Bau deines Reiches mögest du vergeben, wo wir egoistisch, selbstsüchtig gehandelt haben und helfen uns von deiner Perspektive her, unser Leben in der Zeitslinie zu sehen. und die Auswirkungen, die es hat für alle Ewigkeit, wenn wir uns immer wieder vom Neuen für dich und für dein Reich entscheiden. Dein Segen ruht auf diejenigen, die dein Wort hören und nicht nur hören, sondern auch umsetzen im Alltag. Daran wolltest du uns helfen und segnen. In Jesu Namen. Amen. Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen, auf jeden Weg begleitete er mich. Er sorgte treu in allen Lebenslagen und meine Schuld, und meine Schuld war fair weit hinter sich. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Zeilen, und sind wir dort bei ihm daheim. Schau ich zurück, ich wollte oft vertragen, ich hatte Angst, sie zog und schreckte mich. Doch er versprach, mich sicher durchzutragen, bis an das Ziel, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Zeilen, und sind wir dort bei ihm daheim. Schau ich zurück, ich will es laut bezeugen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er gab mir Trost im Leben und viel Freude und nimmt mich endlich in den Himmel auf. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Zeilen, und sind wir dort bei ihm daheim. Dankeschön, Preja Funk, für die klare Botschaft, auch für die Posten der scheinen Leute. Ich möchte mich bedanken, bei all den Deunsten, die hier in der Worte sind, dass Gott das Deunste auch hilft, die Worte können. Ich möchte mich noch einmal erinnern an den sozialen Teil, wie wir im Teil Lade für uns anschließen. Dann lüte ich Preja Funk an uns mit den sehr internen Lüten. Wenn du ein Negativ in deinem Leben hast, oder ein Negativ in der Gemeinde gegenüber, oder Gott gegenüber, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das Negativ zu ändern. Und das ist da. Wenn die Beziehung nach oben wieder in Norden gebracht wird, wird alles negativ sich im Positiven verändern. Ich lade ein, wer kann, aufzustehen, wer nicht kann, darf gerne sitzen bleiben. Wir wollen den Segen Gottes erflehen. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er liebt dich über alles. Er hat es sich alles kosten lassen um unseret Willen. Dir sei Lob, Preis, Ehre, Dank und Anbetung dafür, Herr, dass du uns diese Möglichkeit der Erlösung in Jesus Christus geschonken hast. Und danke für jeden, der diese Entscheidung für dich gemacht hat in seinem Leben. Und nun wollest du uns, gehorsame Kinder, bleiben lassen. Und da, wo es noch nicht so ist, gibt es die Kraft deines Geistes, uns dahin verändert, dass wir gehorsame Kinder im Glauben dir zur Verherrlichung unser Leben gestalten. Der Herr segne dich und behüte sich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen göttlichen Frieden. Und wenn wir jetzt von hier gehen, so scheiden wir im Frieden Gottes. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020